Sebastian Allaire, die neue Stürmerhoffnung von Borussia Dortmund, hat Hodenkrebs. Gerade erst war der 28-Jährige von Ajax Amsterdam zu den Westfalen gewechselt. Jetzt in Bad Ragaz in der Schweiz im Trainingslager hat er sich unwohl gefühlt. Dann wurde er untersucht und dann hat man eben die Diagnose gestellt, dass der vielversprechende Stürmer an Hodenkrebs leidet. Er hat gleich ganz viele Genesungswünsche bekommen und hat sich dafür bedankt und gleich gesagt, wir sehen uns wieder auf dem Platz. Ich werde das schaffen, so sinngemäß. Jetzt war es so, dass schon andere Bundesligaspieler in diesem Jahr an Hodenkrebs erkrankt sind. Marco Richter von Hertha BSC hat kürzlich die Diagnose erhalten. Timo Baumgärtel von Union Berlin im Mai, der hofft jetzt schon auf sein baldiges Comeback. Also es sind schon drei Spieler aus der Fußball-Bundesliga, die dieses Jahr an Hodenkrebs erkrankt sind. Da kann natürlich die Frage aufkommen, Spitzensport, ist das etwa etwas, was dazu veranlagt? Ich glaube, und alles spricht dafür, dass es sich um einen statistischen Zufall handelt, um eine Häufung, die einfach zufällig auftritt, weil Hodenkrebs insgesamt kommt bei etwa einem von 10.000 Männern in Deutschland pro Jahr vor. Am häufigsten ist allerdings in der Altersgruppe von 20 bis 40, mancherorts wird auch in der Fachliteratur angegeben, von 15 bis 35. Also es ist ein Tumor der jungen Männer und Fußball-Bundesliga-Profis sind nun mal junge Männer zwischen 18 und 35 oder Ende 30, also genau in diesem Alter. Wenn man älter ist, über 50, ist dieser Tumor nicht mehr ganz so häufig, aber in jungen Jahren eben der häufigste sogar in dieser Altersgruppe bei Männern. In dieser Altersgruppe bei den 20 bis 40-Jährigen kommt er etwa bei einem von 2.000 Männern vor. Und deswegen kann man sich rein statistisch schon überlegen, es gibt 400, 500 Bundesliga-Profis. Da ist es rein statistisch schon wahrscheinlich, dass zumindest alle drei, vier, fünf Jahre mal eine solche Diagnose auftritt. Aber bei so kleinen Zahlen ist das eben nicht aussagekräftig, wenn man jetzt drei Diagnosen hat oder auch vier. Dazu bräuchte man größere Zahlen, eine größere Datenmenge. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass da ein Zusammenhang besteht. Wir erinnern uns, auch Lance Armstrong hat 1996 die Diagnose bekommen mit 25 Jahren. Das war vor seinen Tour de France Erfolgen und er hat sogar Hirnmetastasen und Lebermetastasen gehabt und ist dann wieder vollständig genesen. Auch Beate Myrhol, das ist der norwegische Handball-Rekord-Nationalspiele, hat mit Ende 20, im Alter von Ende 20, diese Diagnose bekommen und danach noch viele erfolgreiche Spiele absolviert. Marco Russ, der mit Haller bei Eintracht Frankfurt früher zusammengespielt hat, der hat im Mai 2016, wurde der mit Hodenkrebs diagnostiziert, wurde operiert, wurde behandelt und hat dann im Februar 2017, also ungefähr ein Dreivierteljahr später, sein Comeback gegeben. Ich komme jetzt deswegen darauf, weil dieser Krebs, dieser Tumor eigentlich eine exzellente Prognose hat. 97% der Männer mit Hodenkrebs werden geheilt und das betrifft alle Verlaufsformen, also auch die mit Metastasen. Wenn man von den früherkannten Formen ausgeht, dann ist die Prognose sogar eigentlich bei 100% Heilung. Also diese Männer werden fast immer vollständig geheilt und auch wenn sie das mit Anfang 20, Ende 20 hatten, können sie 80, 90, 100 Jahre alt werden. Also die Heilung ist so vollständig, dass das nicht bedeuten muss, dass sie früher sterben müssen. Die Symptome sind typischerweise schmerzlose Verhärtungen, Schwellungen oder Knoten, die im Hoden getastet werden können. Deswegen werden 80% der Diagnosen auch selbst gestellt. Also die Betroffenen spüren das selbst, merken, da ist was, das fühlt sich hart an, da ist ein Knubbel, der gehört da normalerweise nicht hin. Und auf diese Weise werden sie darauf aufmerksam und gehen dann zum Arzt. Dann ist die typische Therapie, dass der betroffene Hoden entfernt werden muss. Es ist meist einseitig. In vielen Fällen, gerade wenn es früh erkannt worden ist, dann reicht danach das sogenannte Watchful Waiting oder die Surveillance Strategie. Das heißt, man muss gar nichts weitermachen, weil man davon ausgeht, dass alles Tumor, alles entartete Gewebe entfernt worden ist, sondern hat nur alle paar Monate dann in immer längeren Abständen Kontrollen beim Arzt und wartet zu. Wenn man sich nicht ganz sicher ist und je nach Bedürfnisse der Patienten, kann man auch eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie anschließen, damit man noch sicherer ist, dass wirklich alles Tumorgewebe vernichtet ist und es nicht zu einer Remission kommt. Das ist also sehr davon abhängig, wie weit der Fortschritt ist, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Aber in fast all diesen Fällen kann man sagen, sehr gute Prognose, keine großen Sorgen notwendig, dass das sich wirklich langfristig hinzieht. Immer unter der Maßgabe, es wird früh erkannt und es hat noch nicht Fernmetastasen in großer Form gebildet. Lance Armstrong hatte sicherlich Glück. Er hat damals auch eine sehr aggressive Therapie gewählt, die ihm dann aber auch, so wurde ihm damals von den Ärzten vergewissert, das erlaubt hat, dass er weiter seine volle Leistungsfähigkeit behält, auch wenn die Therapie selbst sehr aggressiv war. Er hätte eine andere Therapie wählen können. Die wäre dann eventuell mit mehr langfristigen Nebenwirkungen einhergegangen, aber währenddessen, während der Behandlung schonender gewesen. Wie die Geschichte ausging bei ihm, ist bekannt. Er hat danach mehrmals, wenn auch unter Zuhilfe von Dopingmitteln, die Tour de France gewonnen. Er war also wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und auch das ist von den anderen Sportlern, von denen man das bisher weiß, bekannt. Risikofaktoren sind also bisher nicht belegt, dass das Spitzensport ist, dass das irgendeine Form von Sport ist. Was man jedoch weiß, das ist, dass ein Risikofaktor ist, wenn man Hodenhochstand hatte, also wenn der Hoden erst sehr spät aus der Bauchhöhle in den Hodensack runterwandert. Ein anderer Risikofaktor ist Unfruchtbarkeit. Also wenn vorher bereits eine Unfruchtbarkeit bestand, dann kann das dazu führen oder kann das ein Grund sein, diese Unfruchtbarkeit, dass sich da schon früh entartete Zellen gebildet haben. Es gibt allerdings sehr unklare und sich widersprechende Berichte, dass bei Männern über 1,95 Körpergröße, dass da Hodentumore häufiger auftreten können. Aber es gibt auch andere Studien, die das widerlegen. Also nur, falls ihr das schon mal gehört habt, wirklich seriös. Gesichert ist das nicht, kommt aber immer wieder vor, wenn man sich zu diesem Krankheitsbild genauer einliest und da genauer recherchiert. Aber es ist nicht so gesichert, weil die Angaben eben widersprechend sind. Zusammenfassend kann man sagen, ein Zusammenhang zwischen Spitzensport, Leistungssport oder gar Profifußball und Hodenkrebs ist nicht belegt. Die Prognosen dieses Tumors sind ausgezeichnet exzellent, besonders wenn er früh erkannt wird. Man kann ihn sehr gut behandeln. Auch die Chemotherapie hat sich in den letzten Jahren noch verbessert und spricht vieles dafür, dass die genannten Fußballprofis, die diese Saison in der Bundesliga, die drei, erkrankt sind, dass die komplett vollständig wieder geheilt werden. Dass es denen nicht nur gut geht nach einiger Zeit, sondern dass die auch wieder als Profis spielen können. Trotzdem gute Besserung und bald wieder auf dem Platz, wie Herr Haller selber sagte.